Ist das DJI-MIKE 2 das beste Mikrofon für Motovlogs bzw. Soundaufnahmen beim Motorradfahren? Das Ganze möchte ich mit euch in diesem Video herausfinden. Weiter geht's nach dem kurzen Intro. Und hiermit ein herzliches Willkommen zu meinem neuesten Video. Wir testen das DJI-MIKE 2 beim Motorradfahren. Bekommt man mit diesem Mic vernünftige Soundaufnahmen hin? Das ist die Frage. Das möchte ich herausfinden. Ansonsten muss ich dieses Teil wieder zurückschicken und ich beende das Ganze mit Motovlogs, weil es mich einfach nur noch nervt. Was nervt mich? Mich nervt der Ton, der teilweise am Verzerren ist, weil die Stimme unterm Helm viel zu laut wird, weil der Motorrad Sound laut ist, weil die Windgeräusche laut sind und schlechter Ton in Videos. Ganz ehrlich, das guckt sich keiner an. Und wenn ich persönlich mir diese Videos nicht ansehe, schaut ihr euch das erst recht nicht an. Und deswegen ist das der neue Hoffnungsträger, um wirklich unverzerrten, guten Ton zu bekommen. Der Grund hierbei ist 32-Bit-Floataufnahmen. Diese Aufnahmen sollen in 32-Bit ohne Verzerrung stattfinden. Ich habe das gestern schon ein bisschen zu Hause ausprobiert. Ja, scheint okay zu sein. Dennoch müssen wir es beim Motorradfahren testen. Nicht wundern, den Sound, den ihr jetzt hört, kommt nicht vom DJI-Mic, der kommt hier von diesem Ulanzi-Mikrofon. Das werde ich auch nochmal testen, ob das vielleicht auch für Motovlogs besser funktioniert als in meinen letzten Videos, denn da habe ich hier und da eine falsche Einstellung gemacht. Nun kommen wir aber zu diesem Mikrofon. Was kann ich darüber noch erzählen? Das Ganze hat eine Akkulaufzeit zwischen 5 bis 6 Stunden, je nachdem, wahrscheinlich in welcher Aufnahme man es benutzt. Das ist 32-Bit, 24-Bit. Ich würde wahrscheinlich eher die 32-Bit-Aufnahme bevorzugen, weil einfach besserer Ton. Diese 32-Bit sollen, so wie ich das erfahren habe, im Prinzip wie bei Fotos eine RAW-Aufnahme sein. Also der Sound liefert hier viel mehr Informationen, um einfach ein besseres Ergebnis zu liefern. Ein weiterer Vorteil dieses Mikrofons ist die drahtlose Verbindung. Bluetooth-Verbindung, ja, kennen wir, aber jetzt können wir das Ganze auch mit der Osmo Action 4 verbinden. Das ist dieses gute Stück, was ich mir letztens zugelegt habe. Da habe ich das mit dem Ulanzi-Mikrofon versucht, beim Fahren Ton aufzunehmen, über das Sena, das, ja, hat funktioniert. Ich bin aber nicht so ganz überzeugt und man muss hinterher den Ton wieder unter dem Video einfügen. Und das bedeutet natürlich einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Je nachdem, wie viele Videos man den Tag aufgenommen hat, desto mehr Schritte muss man tun und muss den richtigen Sound finden. Der Vorteil an dieser Sache ist jetzt, den Ton, den wir mit dem Mikrofon aufnehmen, geht direkt auf das Video und somit sparen wir uns diesen Schritt. Ich wollte euch das Mikrofon noch einmal kurz zeigen. Ich hoffe, der Fokus sitzt. Wir haben hier ein durchsichtiges Gehäuse in Rauchgrau, wo ich echt sagen muss, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die 90er Jahre. Da haben die auch damals alles transparent gebaut. Ich blende euch mal hier so ein Gameboy ein. Mit sowas haben wir früher gespielt. Sowas war damals der letzte Schrei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade alles wiederkommt. Es spiegelt sich nicht nur in der Mode wieder. Nein, auch bei Elektronik erlebt das Ganze seinen zweiten Frühling. Wir können dieses Mikrofon nicht nur für die Osmo Action 4 verwenden. Das Ganze geht natürlich auch für den Osmo Pocket 3. Da können wir sogar zwei Mikrofone miteinander verbinden und den Stereo aufnehmen. Bei der Action Cam geht leider nur ein Mikrofon. Ja, ist okay. Ist okay. Die wollen ja irgendwo auch ein bisschen Geld machen und wollen natürlich auch mehrere Sachen verkaufen. Das Verbinden ist total easy. Das bekommt jeder hin. Hier an der Seite ist der Knopf für das Pairing. Und dann geht man ins Menü auf Funkmikrofon. Und dann ist das Ganze verbunden. Und die Verbindung ist da. Wenn man dann das Mikrofon ausschaltet und auch die Kamera ausschaltet und beim erneuten Einschalten beider Geräte dauert es leider 5 bis 20 Sekunden. Das ist völlig random. Mal so, mal so, bis die Verbindung hergestellt ist. Man sieht es dann an diesen grünen Ausschlägen hier, dass die Verbindung da ist, dass der Ton da ist. Und ja, somit ist dann der gute Ton gesichert. Eine Sache, die ich auch noch ganz gut finde, wenn die Aufnahme an der Kamera startet, vibriert dieses Mikrofon einmal. Das Gleiche auch, wenn wir die Aufnahme beenden, gibt es eine Vibration. Somit müssen wir nicht jedes Mal nachgucken, nimmt die Kamera gerade auf, haben wir jetzt wirklich gestoppt. Ich habe den Ton nämlich nicht gehört. Es ist an, ausgegangen. Nee, das signalisiert uns dieses Mikrofon. Entweder haben wir das Mikrofon dann hier in der Jackentasche. Oder, so wie ich das jetzt machen werde und ausprobieren werde, ich stopfe es mir in den Helm. Jetzt will ich aber noch mal kurz zu dem Test kommen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich möchte mehrere Sachen ausprobieren. Und dafür gibt es auch mehrere Schritte in diesem Video. Zum einen möchte ich das Ganze noch mal mit einem Kabel-Lavalier-Mikrofon ausprobieren. Bedeutet, ich stecke das Kabel in das DJI Mic 2 und packe mir das Mikrofon hier in den Helm und werde hier einige Testdurchläufe starten. Der zweite Test wird sein, ich werde dieses Mikrofon direkt in den Helm stecken und werde hier dann auch mehrere Testversuche starten. Der eine Test ist mit dem normalen Ton mit 24 Bit. Danach folgt die Rauschunterdrückung auf 24 Bit. Und danach machen wir das Ganze noch mal mit 32 Bit. Also normale Aufnahme in 32 Bit und dann 32 Bit plus Rauschunterdrückung. Also wer in der Schule aufgepasst hat, hat gemerkt, 4x2, das heißt 8 Probeläufe. Und ich hoffe, wir kommen bei diesen 8 Probeläufen auf ein brauchbares Ergebnis. Und zu einem Fazit, ob dieses Mikrofon wirklich was zum Motorradfahren taugt. Also ich werde mir jetzt für den ersten Test das Mikrofon hier in den Helm stecken. Stöpsel ich in das DJI Mic 2, das packe ich dann in die Innentasche meiner Jacke. Und ich werde im jeweiligen Video einblenden, mit welchen Einstellungen wir das Ganze jetzt vorgenommen haben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auf dem Motorrad. Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Wichtig ist noch, dass wir den Ton auf Pro schalten und dann hier auf Verstärkung minus 12 gehen. So, wir wären jetzt bei dem ersten Test. Mein Visier ist noch offen. Das werde ich aber gleich zumachen, weil dadurch kommt natürlich auch noch Fahrtwind in den Helm. Und es hört sich eventuell nicht mehr so toll an. Jetzt mit geschlossenem Visier müsste sich das Ganze um einiges dumpfer anhören. Das Ganze nehmen wir jetzt auf 24 Bit auf, ohne Rauschunterdrückung. Und das Ganze mit dem Kabel-Lavalier-Mikrofon, was ich mir zusätzlich in den Helm gesteckt habe. Geschwindigkeiten machen wir jetzt mit Absicht nicht so hoch, weil man darf hier leider nicht so schnell fahren. Test, 1, 2, 3, 4. Test, 1, 2, 3, 4. Zwischen zwei Zwetschenzweigen zwitscherten zwei Spatzen. So, dann würde ich auch sagen, das sollte eigentlich für einen ersten Eindruck genügen. Und wir machen jetzt die Rauschunterdrückung ein. Dafür müssen wir nicht unbedingt in das Menü von der Kamera gehen. Das Ganze geht auch hier über das Mikrofon. Indem wir diese Taste einmal drücken, die Ein- und Ausschalttaste. Und dann leuchtet es grün statt blau. Und somit ist jetzt die Rauschunterdrückung ein. Ob sich das Ganze jetzt bemerkbar macht, testen wir auf dem Weg zurück. So, das Ganze haben wir nun mit der Rauschunterdrückung. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das eine Auswirkung hat. Dann machen wir den nächsten Zungenbrecher. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ich habe das Mikrofon auf minus 12 gestellt. Das sollte man auf jeden Fall machen, damit es halt nicht zu laut aufnimmt. Und das machen wir auch in den gesamten Tests. Also wir pegeln es komplett runter, damit wir halt in jedem Test jetzt die gleiche Lautstärke haben. Das war der erste Versuch mit dem Kabelmikrofon, wie ich es bereits erwähnt habe. Falls man es jetzt nicht in der Aufnahme gehört hat, weil der Ton schlecht war, sage ich es hier nochmal. Das war das Kabelmikrofon mit 24 Bit, einmal ohne Rauschunterdrückung und einmal mit. Was mir eben noch aufgefallen ist, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, wo DJI nachgedacht hat, ist, wenn das Mikrofon mit der Kamera gepaart ist und wir nehmen zurzeit nicht auf. Und wir drücken dann hier oben diesen Pairing-Knopf, dann startet die Videoaufnahme, beziehungsweise wir können damit die Aufnahme auch stoppen. Finde ich persönlich richtig, richtig gut. Wenn die Kamera jetzt zum Beispiel auf einem Stativ steht und ich ein paar Meter davon entfernt, kann ich einfach hier den Knopf drücken. Dann vibriert das Mikrofon, die Kamera gibt einmal das Signal und sie nimmt auf. Und das Ganze natürlich auch beim Stoppen. Hier die Vibration. Ja, finde ich sehr gut, geile Idee, habe da gut gelöst. So, die Aufnahme beginnt, das Visio ist noch offen, das Ganze auf 24 Bit ohne Rauschunterdrückung. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, ob jetzt überhaupt ein bisschen Ton von mir ankommt oder ob es nur Windgeräusche sind. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt mal zumachen. Und mit einem geschlossenen Visier sollte man ja ein bisschen Stimme hören. Vielleicht auch ein bisschen Auspuff-Sound. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hinterher in der Postproduktion aussieht. Aber dann wollen wir hier natürlich auch nochmal einen kleinen Zungenbrecher machen. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Meine Güte. Das sind ja wirklich hellige Zungenbrecher für mich. Jetzt machen wir die Rauschunterdrückung nochmal an. So, die Rauschunterdrückung ist eingeschaltet. Einmal kurz die Kamera befestigen. Zack. Super Verschluss von DJI, gefällt mir richtig gut. Da muss man nicht schrauben wie bei GoPro, sondern diese Schnellverschlüsse sind echt Hammer. Also DJI ist, was das angeht, echt mein liebstes Produkt geworden. So, das Ganze jetzt mit der Rauschunterdrückung und Helm ist noch offen. Aber mit offenem Visier fahren wir nicht. Wir schließen das beim Fahren. Habe ich jetzt komplett geschlossen. Bin gespannt, wie der Ton ist. Soll ich euch einen Witz erzählen? Hm, ich kenne einen Witz von Onkel Fritz, der in der Badewanne sitzt und mit seiner Quietscheente spritzt. Oh Mann, man muss sich echt immer irgendwas einfallen lassen hier. Jetzt haben wir die 24-Bit auf jeden Fall durch. Ich sag mal, den schlechten Ton. Vielleicht ist der ja auch schon ganz okay. Aber wir wollen jetzt auf 32-Bit wechseln. 32-Bit soll die neue Referenz sein. Und wenn man das hat, dann wollen wir das natürlich auch ausprobieren und nutzen. Auch wenn es mehr Speicher braucht. Aber, ja, wir wollen halt guten Ton haben. Hier zeige ich euch das Ganze, wie ich das nochmal am Helm gelöst habe. Ich habe hier oben so eine kleine Lasche, wo ich den Clip vom Mikrofon befestigen konnte. Finde ich eigentlich ganz gut. Und es ist auch wirklich bei diesem Helm nicht im Sichtfeld. Eine weitere gute Sache, das Mikrofon ist nicht direkt am Mund, was natürlich auch noch ein bisschen Lautstärke nimmt. Das Ganze läuft jetzt auf 32-Bit, minus 12 dB, ohne Rauschunterdrückung. Jetzt fahre ich wieder meine Strecke, dann machen wir die Rauschunterdrückung ein. Zuerst wieder mit offenem Visier. Aber da schließen wir noch einer kurzen Runde. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass das DJI-Mic so in meinen Helm reinpasst. Jetzt wollen wir aber hier das Visier schließen, damit ihr mich hoffentlich besser versteht. Also ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass ich das Mikrofon ohne ein zusätzliches Kabelmikrofon in den Helm bekomme. Warum? Ja, ganz einfach. Diese ganze Kabelgedöns braucht man nicht. Und wenn es ohne funktioniert, ja klar, dann machen wir das ohne Kabel. Weil es natürlich alles mehr Gewicht ist und alles mehr Krempel und alles baumelt da irgendwie rum. Und man muss es festkleben. Und da habe ich persönlich echt keine Lust drauf. Ich möchte das so einfach wie möglich haben. Jetzt werden wir die Rauschunterdrückung einschalten. Dafür muss ich auch die Aufnahme gar nicht stoppen. So, jetzt ist die Rauschunterdrückung eingeschaltet. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sich da was tut. Weil diese Zubehörmikrofone, die mit Kabel sind, ja, die sind ja halt nicht... Das ist ja jetzt kein teures Mikrofon. Ich glaube, das hat ein paar Euro bei Amazon gekostet. Aber die Bewertungen von diesem Mikrofon sind ganz gut. Nur, es lag bei mir bisher immer nur in der Schublade. Aber wie gesagt, ich möchte das Ganze ja so einfach wie möglich haben. Ich möchte am liebsten nur das DJI Mic 2 benutzen. Packe es in den Helm, verbinde es mit der Kamera und habe den guten Ton. Und ich hoffe, dass der Ton auch gut ist. Es ist egal mit welchem Mikrofon, mit dem Kabel-Mic oder einzig und allein mit dem DJI Mic. Jetzt habe ich die 32-Bit eingestellt, ohne Rauschunterdrückung. Ich sage das extra Anfang des Videos, damit ich hinterher beim Schneiden nicht durcheinander komme. Das ist nicht, um euch zu ärgern, sondern für mich ist das jetzt die kleine Hilfe. Wir fahren natürlich auch erstmal wieder mit offenem Visier. Diesmal in die andere Richtung. Schauen wir mal, was da hinten so los ist. Und wenn wir ein bisschen auf Geschwindigkeit sind, machen wir das Visier gleich zu. So, da vorne werden wir drehen. Jetzt sollte eigentlich auch noch ein bisschen Motorrad-Sound ankommen, weil die Rauschunterdrückung noch nicht eingeschaltet ist. So, wollen wir noch irgendeinen lustigen Witz erzählen? Mir fällt gar nichts ein. Dann gibt es jetzt nochmal einen Zungenbrecher und zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei Spatzen. Ja, das... Ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Hätte ich mir vorher vielleicht ein bisschen was im Internet raussuchen müssen. Aber, naja. Jetzt habe ich alles in der Kamera eingestellt, was geht. Wir haben die 32 Bit, wir haben die Rauschunterdrückung an, wir haben das Ganze auf minus zwölf runtergepegelt. Und jetzt sollte eigentlich, jetzt müsste, perfekter Ton sein. Das hoffe ich natürlich, dass wir auch irgendwie noch ein bisschen Motorrad-Sound drauf haben. Aber wahrscheinlich wird das alles weggedrückt. Was im Prinzip ja gar nicht schlecht ist, weil wir wollen ja diese störenden Geräusche nicht drauf haben. Wobei, für uns Motorradfahrer ist Motorrad-Sound kein störendes Geräusch, oder? Ja, wollen wir jetzt hier nochmal irgendwie was kurzes, einen kleinen Witz erzählen? Nein, ich will euch nicht weiter mit diesem Stuss belästigen. Wir machen einfach 1, 2, 3, Test, 1, 2, 3, Test und gucken, ob der Ton vernünftig ist. Das war jetzt der Test, den ich mit dem DJI-Mic durchgeführt habe. Einmal mit dem Kabel-Lavalier, was man hier in die 3,5mm-Buchse reinstecken kann. Und einmal das pure Mikrofon im Helm. Wir werden gleich bei mir im Büro das Schlussfazit ziehen. Aber wenn euch das Video bis hier schon gefallen hat, lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da. Teilt auch gern das Video mit euren Freunden, die sich vielleicht auch dieses Mikrofon zulegen möchten. Falls ihr das gesehen habt, mein Kanal ist recht am Anfang. Ich habe den nochmal von Grund auf neu gemacht. Dieses Mikrofon selber gekauft, sowie die restliche Ausrüstung hat mir auch alles selber zugelegt. Da ist kein Sponsoring oder so. Das ist alles aus eigener Tasche finanziert. Falls ihr weiterhin Interesse an solchen Videos habt, wo ich Dinge ausprobiere, die beim Motorradfahren ihren Zweck erfüllen sollen, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Hat es euch gefallen? Hat euch dieses Video vielleicht auch überzeugt, dass ihr dieses Mikrofon kaufen wollt? Ja, die Qualität, so, ist sehr schön. Kann man nichts gegen sagen. Das ist massive Ware. 100 Euro für das einzelne Mikrofon hört sich vielleicht erstmal viel an. Aber, was kostet heutzutage 100 Euro? Manche verrauchen das innerhalb von einer Woche. Für mich ist das Video jetzt hier draußen in der Natur vorerst beendet. Ich werde mich jetzt an den Rechner setzen, werde das Video zurechtschneiden und dann kommen wir zum Fazit. Also, bis gleich. Ja, da sind wir nun auch. Für mich ist nun der nächste Tag. Für euch sind nur ein paar Sekunden vergangen. Ich habe mich gestern direkt an den Rechner gesetzt. Ich wollte unbedingt wissen, ob dieses Mikrofon jetzt im Helm was taugt. Und, ja. Was ist mein Fazit? Es ist okay, nur ist es anders okay als gedacht. Also, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wenn wir allein dieses Mikrofon in den Helm stecken, also bei mir war es ja jetzt hier oben an der Seite, an der Schläfe, dass das den besten Ton bringt. Dass das Lavalier-Mikrofon, also das Kabel-Mikrofon, was wir hier reingesteckt haben, einfach nur viel zu laut ist und übersteuert. Aber nein. Das absolute Gegenteil ist eingetroffen. Und zwar war dieses Mikrofon in Verbindung mit dem Kabel-Mikrofon einfach besser. Also, so ist mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber der Ton ist um einiges klarer. Der Ton ist besser. Das Ganze natürlich in 32-Bit mit Rauschunterdrückung. Der Ton ohne Rauschunterdrückung ist auch okay. Aber ich finde dann doch schon, dass die Windgeräusche, die beim Motorradfahren entstehen, in einem Video störend sind. Die Motorengeräusche, klar, die will man drauf haben. Die werden dadurch auch ein bisschen gedämpft. Aber das ist alles irgendwie noch ein bisschen vertretbar. Ich zeige euch aber jetzt nochmal zwei Ausschnitte. Einmal nur mit dem DJI-Mik. Und einmal DJI-Mik mit Kabel-Lavalier-Mikrofon. Was im Prinzip ja gar nicht schlecht ist. Weil wir wollen ja diese störenden Geräusche nicht drauf haben. Wobei, für uns Motorradfahrer ist Motorrad-Sound kein störendes Geräusch, oder? Aber wie gesagt, ich möchte das Ganze ja so einfach wie möglich haben. Ich möchte am liebsten nur das DJI-Mik 2 benutzen. Also im direkten Vergleich finde ich das Kabel-Lavalier-Mikrofon in Verbindung mit dem DJI natürlich besser. Das ist mein Empfinden. Meiner Meinung nach kann man auch in dieser Konstellation Motoflox machen. Ich werde das natürlich demnächst nochmal ausprobieren, ob der Ton dann auch bei höheren Geschwindigkeiten gleichbleibend gut ist. Oder ob vielleicht ab Kmh von 120, 150 doch weitere Störgeräusche im Ton auftreten. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man nur das DJI-Mik in einem Cross-Helm, also in einem Enduro-Helm benutzt, wo man hier unten wirklich Platz hat. So wie das zum Beispiel Blackout oder David Boost haben. Dann könnte man damit auch guten Ton haben. Weil wenn das Mikrofon hier oben sitzt, ist es halt und doch sehr im Motorradhelm, wenn man spricht. Das ist Lautstärke auf engstem Raum. Irgendwo müssen die Schallwellen hin und das hört sich halt dumpf an. Mit dem Lavalier-Mikrofon finde ich ist das eine ganz gute Sache und das werde ich beibehalten. Jetzt ist die Frage natürlich, wie will man das Ganze in den Helm bauen. Weil nicht alle haben hier oben so eine Lasche. Und wenn man hier dann noch das Kabel reinsteckt, das wird ja alles viel zu viel. Ich habe da eine Idee, das Ganze muss ich aber erst noch umsetzen. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Und zwar, ich hatte mir für meine DJI Osmo Action 4 diesen Cage geholt. Und hier oben haben wir diesen Schuhadapter. Kaltschuhadapter, ich weiß nicht wie das genau heißt. Und da können wir das Mikrofon befestigen. Ich würde es jetzt von hinten drauf schieben, weil dann kann es auch nur nach hinten abgehen. Das heißt, wenn wir Motorrad fahren und es sollte sich dann doch mal lösen, wird es gegen den Helm gedrückt. Also, es fällt eigentlich nicht herunter. Wenn man das Mikrofon nun hier drauf geschoben hat, sieht das Ganze so aus. Das ist natürlich ein bisschen dicker, wenn das hier vorne unterm Kinn ist. Es stört nicht, ich habe es am Helm ausprobiert. Jetzt müssen wir natürlich noch das Kabel vom Mikrofon in den Helm kriegen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, weil ich möchte nicht immer dieses Mikrofon am Helm haben. Ich möchte auch einfach mal so Motorrad fahren ohne Kamera. Und dann brauche ich da keine Kabel, die raushängen. Und da muss ich mir noch irgendwie eine Klettlösung einfallen lassen, dass ich das Mikrofon hier vorne am Helm mit Klettband fixieren kann. Also auch wieder ganz simpel. Das Problem ist nur, bei den Lavalier-Mikrofonen, das Kabel ist um die anderthalb Meter lang. Das muss man irgendwo unterbringen. Also entweder kürzen, abschneiden, zusammenlöten, Schrumpfschlauch drauf. Oder wir packen das Kabel wirklich unter das Innenpolster vom Helm und lassen unten nur die 3,5 mm Klinke rausgucken. Und wenn die Klinke dann unten am Helm rausguckt, nehmen wir einfach so ein Kabel. Also hier brauchen wir natürlich ein anderes Ende und stöpseln es in das Mikrofon rein. Also dann können wir einfach die Kamera vorne am Helm befestigen, haben das Mikrofon drauf, stöpseln einfach das Mikrofon mit dem Kabel in den Helm. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung und die werde ich irgendwie die nächsten Tage umsetzen. Kann ich aber gerne nochmal in einem kleinen Video zeigen oder auch in einem Short. Das ist alles okay und machbar. Aber so finde ich die Lösung, glaube ich, am besten. Das Ganze können wir einfach entfernen. Da ist nichts fest verbaut am Helm, außer eventuell das Mikrofon, was ich unter das Helmpolster irgendwie verstauen werde. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Vielleicht schnibbel ich es einfach ab, löte es zusammen, mach einen Schrumpfschlauch drauf. Also mach eine wirklich kurze Variante und befestige das dann einfach mit einem Klettband in dem Helm. Vorhin habe ich es schon einmal kurz erwähnt. Ich mache es jetzt noch einmal. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, habt ihr irgendwas anderes, lasst es mich wissen. Wenn ihr das Video nicht gut fandet, lasst es mich auch wissen. Ich bin für Kritik offen. Für mich ist die Lösung mit dem DJI Mic eine gute Sache. Es ist relativ easy. Ich habe recht guten Ton, kann den direkt auf der Kamera aufnehmen. Muss hier keine Tonspur mehr neu synchronisieren. Das ist alles einfach. Und ich glaube, so kann man dann auch mal, wenn man eine Motorradtour macht und ein bisschen mit seinem Bruder am Quatschen ist, Das ist natürlich die nächste Sache. Funktionieren Dual Vlogs mit diesem Gerät. Da habe ich auch noch eine Lösung im Kopf. Das werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. So wie ich das aber letztens mit dem Sena zurecht gebastelt habe, sollte das funktionieren, kommt auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Ich denke, dass das DJI Mic 2 auch Dual Vlog tauglich ist. Nur wird da das Problem bestehen mit der unterschiedlichen Lautstärke. Aber das gucken wir uns in einem der nächsten Videos an. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Test durchzuführen. Auch wenn es für mich echt ein bisschen Arbeit gewesen ist, mit dem ganzen Schneiden, mit dem Ton. Aber das macht man halt mal gern. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.